Leonie nimmt euch heute mal wieder mit in den Stall, aber als erstes musste sie ihr Pony aus dem Offenstall holen. Der war auch ziemlich dreckig, da sie heute aufs Auswärtstraining fährt, hat die Mama dann auch schnell mitgeholfen. Kleiner Mann war bei der Ankunft ganz schön aufgeregt, wie ihr sehen könnt. Leonie hat ihn dann erstmal geführt, bevor sie sich dann draufgesetzt hat. Hat sie mit ihrer Mama einfach nur mal ein paar Sitzübungen gemacht und es hat super funktioniert. Übrigens hat Leonie die neue Riders Choice Kinderreithose aus Bio-Baumwolle an, mit einem Silikon-Vollbesatz, im Bund ist ein Knopflochgummi vernäht, man kann die Reithose also ganz einfach enger machen am Bund. Perfekt für Kinder, die eben gerade im Wachstum sind. Diese Reithose ist übrigens unser Tipp für jeden Reitansteiger. Wieder zurück zu Leonie, sie hat das Pony eingedeckt und dann ging es auch nach Hause.